Sie ist so geil, nun mal in einem Taxi. Das geht doch mal gerade. Warum lassen wir immer fragen, wenn du bist? Immer wenn man wagt. Boah, Frau Stahl! Krass! In einem Taxi nach Paris. In einem Taxi nach Paris. Weil ich Paris nun mal so mag. Ich habe heute bei YouTube ein Video angeklickt.